Hi Freunde und herzlich willkommen, hier war ArchieGaming, Flo wieder am Start. Heute gibt es eine weitere Squad-Building-Challenge-Pack-Opening und zwar zur Gold-Upgrade-SBC. Ihr seht, das Ultimative oder Ultimate-Team-of-the-Season ist in Packs verfügbar, natürlich auch die anderen Team-of-the-Season, doch der der LMLS und der aus der lateinamerikanischen Liga. Ja und da wollen wir uns heute um die Gold-Upgrade-SBC kümmern. Warum, wieso, weshalb, warum, das ist natürlich das Format, was hier auf dem Channel sozusagen so oder so schon seit Wochen und seit Anfang von FIFA, ja seit FIFA haben wir angefangen, FIFA 18 oder FIFA 19 aktiv ist und das finden wir natürlich bei den Gold-Upgrades. Ja und wie das Ganze läuft, wisst ihr Bescheid, das Ganze ist wiederholbar. Wir müssen 11 Non-Ware-Gold-Karten abgeben, bekommen 2 seltene zurück. Wir hoffen auf Pack-Like, bevor wir rein starten in die Packs, könnt ihr gerne das Video supporten mit einem Daumen nach oben. 300 Likes gehört wieder als Ziel raus, lasst auf jeden Fall ein Like da. Supportet das Video auf kostenfreier Basis, gerne auch einen Kommentar da lassen, das hilft zum Beispiel in Bezug auf seinen Algorithmus und natürlich könnt ihr gerne auch ein Abo da lassen, wenn ihr generell keine weiteren SBCs oder Pack-Openings nicht mehr verpassen wollt. Wie viele Packs insgesamt zusammenkommen, seht ihr schon im Titel, seht ihr schon im Thumbnail. Ich bin gespannt, was auf uns zukommt, insofern Daumen drücken, Pack-Like rein in die Kommentare und damit rein in die ersten Packs-Abfahrt. So Freunde, wir sind am Start beim Nego mit den ersten 5 Packs und mal gucken, was das Ganze jetzt hier schon mal gibt. Können wir Team of the Season ziehen? Wenn ja, welchen? Aus welchem Team of the Season können wir einziehen? Natürlich im Idealfall aus dem ultimativen Team of the Season. Ich hoffe so oder so, egal ob jetzt Pack-Like am Start ist oder nicht, ihr könnt das Video supporten. Allein für die Zeit, die wir hier wieder reingesteckt haben, die Packs zu bilden. Und dann würde ich sagen, starten wir hier rein. Also, come on, let's go. Ersten 5 Packs, dann gehen wir gleich noch rüber zu Ferdi, der hat 10 Packs vorbereitet und dann schließen wir das Video mit meinen 5 Packs und vielleicht kommen sogar noch mehr Packs dazu. Wir ziehen im ersten kein Wand, auch kein Walkout. Leider nicht. Kein Pack-Like bis jetzt am Start. Erstes Pack. Aber wir können ja ruhig beginnen. Mkhitaryan und Co., ihr könnt auf jeden Fall euch schön mal was Wasser holen, was zu trinken, was zu essen. Ihr könnt euch zurücklehnen und das Video genießen und mal gucken, was wir dann drin ziehen können in die jeweiligen Packs. Und vielleicht, ja, sagt ihr dann auch, jo, ich mache jetzt auch mal heute 5, 10, 15 Gold-Upgrades und versuche mein Glück jetzt, wo das Team of the Season quasi Richtung Ende zugeht. Und vielleicht Kein ziehen wir ja den einen Wand- oder auch Walkout-Spieler. Aber wenn es kein Walkout so an sich wird, vielleicht eine Totskarte. Das wäre halt, wie gesagt, das Non-Plus-Ultra. Also, mal gucken. Komm schon, ey. Ist das Wander-Walkout, der Erste? Ah, na, sah nur so aus. Und jetzt last but not least das Fünfte bei Nego, Turam und Syünschewürz, Ex-Fallborger. Komm on. Pack Nummer 5. Leider nein. Gehen wir rüber zu den nächsten Packs. 10 bei Ferdi. Mal gucken, was das gibt. So, Freunde. Und da sind wir bei Ferdi am Start. Er hat auch noch 3 Bonus-Packs, die wir jetzt quasi hier noch mit reinmachen ins Video. Quasi neben den 10 Gold-Upgrades, die er am Start hat. Und im ersten ziehen wir, äh, oh, wie war's? Milner? 81er? Batschowarion und Milner sind am Start. Alles klar. Naja, und die machen wir auf jeden Fall hier auch noch gemeinsam auf im Video. Mal gucken, was das Ganze gibt. So, das nächste. Zwei seltene Gold-Spieler-Pack. Jo, da ist der erste Wander-Walkout. Es wird, oh mein Gott. Es wird UCL-Walkout. Die Cardi. Na, Martinez wird es. 84er Martinez. Oh mein Gott, Jungs. Alter, kurz. Ihr habt es auch gesehen. Ja, die Live-Reaction-Pace-Game ist natürlich jetzt notwendig gewesen. Sonst hättet ihr es mir wahrscheinlich nicht geglaubt. Also, da war wirklich kurze Zuckung am Start auf jeden Fall. Das war das falsche Blau. Aber, Walkout und Blau, das hat schon mal richtig gestimmt. Es stimmt ein. Oh, Back-to-Back. Back-to-Back. Ah, leider kein Back-to-Back-Walkouts. Da, eines ist sozusagen ein Fake-Walkout. Wissen wir ja Bescheid. Es wird jetzt hier Quadrado. Warum nicht? Warum nicht? 83er nehmen wir natürlich gerne mit. Und die Fairly-Packs, die gönnen hier auf jeden Fall schon mal mehr als die von eben hier. Beim Nego. Ich hoffe, meine sind ähnlich gut. Komm schon hier, weiter geht's. Jawohl, drei Stück hintereinander. Nein, leider nur noch wieder eine Wand. Komm, 85er. Gönne 85er. Italien. Torwart 84er. Ja, 84er. Siri-Goals immerhin. Aber wir steigern uns vielleicht langsam. Wir steigern uns vielleicht jetzt den 85er, dann den 86er, 87er, dann 88er Tots. So geht das Ganze hier. Neun Packs stehen noch vor uns. Oh, vier Stück hintereinander. Viermal Wand und Walkout hintereinander, Jungs. Ah, die Gold-Upgrades scheinen doch langsam zu gönnen. Oh, komm, Jiménez. Oh, jetzt ruckelt's kurz. Es wird... Ja, es wird Riemannis. Innenverteidiger, man sieht schon, es ist ein Dekomadrid. Und dann gucken wir mal, was im nächsten Pack am Start ist. 85er. Ich sag ja, wir steigern uns langsam. Wir steigern uns langsam, Jungs. Wir steigern uns langsam. Und jetzt geht es dann direkt weiter mit dem nächsten Pack. Und hoffentlich mit einer guten Connection hier. Jetzt hier das nächste Pack. Kein Ruckler, aber auch kein Wand oder Walkout. Ja, keine Ahnung, was hier bei Twitch los ist. Keine Ahnung, wieso die Connection auf jeden Fall nicht passt. So, das ist das nächste. Und wieder kein Wand, auch kein Walkout. Es wird... Ah, jetzt hat er es gibt. Keine Ahnung, wer es wird. Anscheinend war es auf jeden Fall nichts Großartiges. Oder es ist Twitch, was hier gerade komplett am Buggen ist. RM und Spanien konnten wir jetzt sehen. Aber ihr seht Twitch auf jeden Fall komplett lost. Und dann Gold Upgrade. Schwarzer Screen. Und es wird wahrscheinlich wieder nichts. Wir springen einfach rüber zu den nächsten Packs, Jungs. Und hoffen weiter auf einen ordentlichen Team of the Season. Wir geben die Hoffnung einfach nicht auf. So ein Ding ist das. So, und da haben wir es gesehen. Kind Show. Keine Ahnung, was hier bei Twitch los ist. Weiß nicht, vielleicht wohnt der Ferdi auch im Waldhaus. 1000 Münzen sind auf jeden Fall am Start. So, jetzt sind wir beim Robin am Start. Er hat 7 Packs am Start. Wir gehen gleich nochmal zu Nico rüber. Der macht dann 3 weitere. Um dann quasi rund um die 30 Packs zu kompletieren. Wir springen am Ende nochmal, wie gesagt, dann rüber. Zu meinen 5 Packs. Und ja, das Twitch Problem, was wir eben bei Ferdi hatten. Wir haben auf jeden Fall mal geschaut. Das scheint auf jeden Fall generell bei Twitch am Start zu sein. Ihr seht es. Und das ist jetzt gerade leider nicht das geilste für ein Pack Opening. Ich hoffe natürlich, ihr nehmt es mir nicht zu böse. Ich kann nichts dafür. Mein Stream scheint natürlich auch so ein paar Bug zu sein. Twitch scheint da gerade Probleme zu haben, was die Connection angeht. Und was wird es jetzt hier auf jeden Fall mit Apple haben? Das Wichtigste ist auf jeden Fall, dass wir es hier immer schön sehen, wer in den Packs ist. Und natürlich, wer jetzt die Totskarte ist. Dann werden wir es sowieso oder so oder so sehen. Aber das backt natürlich ab hier mit den Connection. So, nächstes Pack steht an. Und da ist Wanderer Walkout am Start. Es wird aber leider Brasilien. Wird es 85er? Jo, 87er Fernandinho. Es war anscheinend ein Walkout. Ich konnte es nicht sehen. Das wird der erste Walkout. Und keine Ahnung, was das jetzt hier für ein verbacktes Pack Opening ist, Jungs. Aber durch die Connection hier bei Twitch. Ich kann nichts machen, Jungs. Ich kann nichts machen. Wir machen das Ganze nicht über Shareplay und etc. pp. Ihr seht gerade das jetzt zum Beispiel über die Xbox hier möglich. Dann am besten halt wie gesagt einfach über Twitch streamen, über Mixer. So machen wir das Ganze hier immer mit den Community Packs. Aber der erste Walkout ist am Start. Das können wir uns merken. 87er Fernandinho. Wer wird der Nächste? Leider kein Wandaufbau und kein Walkout. Was man auf jeden Fall schon mal sehen kann. Und da sieht man es jetzt. Jawohl, Bergwind wird es als 82er. Mit W-Kost. Areola und Giroud werden es jetzt hier im nächsten Pack. Und jetzt haben wir noch drei weitere Stück am Start. 82er ist auch nicht schlecht aus dem Gold Upgrade. Muss man auch ganz klar sagen. Das ist schon mal nicht schlecht. Drei Stück noch. Ihr seht es. Komm, der nächste Walkout. Nein! Wieder kein Wandaufbau. Und auch kein Walkout. Das wird Ito und Akel. Die zwei mit den drei Buchstaben. Man kennt es. Und das ist der nächste Walkout. Es ist der nächste Walkout, der verbuggt ist. Wird Müller als 86er. Ja, moin. Zwei Walkouts. Ne, Kuya Tee wird es noch. Jungs, ohne Witz. Ich glaube, wir streamen einfach gleich über YouTube oder irgendeine andere Plattform. Aber Twitch ist hier komplett verbuggt. Dass wir das auf jeden Fall irgendwie ändern können. Und das letzte gönnt leider kein Wand. Auch kein Walkout. Es wird ein Hordi. Massiv. Aus den sieben Packs hier von Robin. Und damit rein in die nächsten Sets. So, jetzt gucken wir uns um meine fünf Gold Upgrades. Bevor wir dann nachher noch zum Ende die drei Packs von Niko machen. Um die 30 zu kompletieren. Komm, erstmal die goldene Mitte. Hashtag Packedluck in die Kommentare. Hashtag Packedluck in den Chat. Und startet mit keinem Wand. Auch kein Walkout. Lange keine Gold Upgrades. Wir haben hier auf dem Hauptaccount gemacht. Sonst immer RTG-Account. Was haben wir jetzt hier mit zwei seltenen am Start? Hier auf jeden Fall immer die Verbindungsproblematik von Twitch, die da gerade auftritt. Nicht am Start. Jovino und Ito. Ito hat mal eben schon. Hoffentlich ist der tradable. Nein. Ja, natürlich bist du direkt ein untradable Spieler ziehen. Jungs, so ein Ding ist das. So, nächstes Pack. Viertes. Also das hintere, viertere Set. Gönnt. Wander Walkout. Ah, leider nur eine Wand. Es wird Frankreich. Stürmer. Ach, den sieht man auch immer. West Ham. Alea. Neh, bei Incoming. Schreibt schon Arsenal rein. Alea und Atama Traore. Zwei Privilegspieler. So, nächstes Pack. Komm schon. Pack Nummer drei. Bitte ey, komm schon. Oh, wieder kein Wand. Auch kein Walkout. Können wir skippen also. Komm schon bitte. Immerhin immer zwei Spiele aus der gleichen Liga. Wenn man das dann als Gewinn dann aufzählen kann. Oh ja. Wieder Wand auf Walkouts. Oh, Jungs ey. Wer wird's jetzt? Portugal. ZM 84er. Yes. Immerhin der 84er. 84er Rating. Ciao, Moutinho. Das ist auch das ist nice. Nehmen wir gerne mit. Kommen noch 83er hinten. 82er Stratkoscher. Immerhin. Bisschen aus was am Rating ist immerhin gut. Und ich meine die SPC selber kosten 4K. Ne, 450 Münze habe ich jetzt pro Goldkarte abgegeben. Und wir enden mit dem Wand auf dem Walkout auf dem Hauptaccount. Das wird wieder leider nur eine Wand. Kein Tods, kein Walkout. Das wird Argentinien. Stürmer. Icardi, Icardi. Das wird ja eben in UCL schon gezogen. 84er Martinez. Martinez, aber auch den nehmen wir natürlich ratingmäßig gesehen gerne mit. Zum Beispiel für die garantierten Tods-SPCs, die am Mittwoch am Start sind zum ultimativen Team of the Season. Falls ihr da übrigens welche Packs beisteuern wollt, kommt gerne bei Twitch rum. Lasst schon mal ein Follow da. Auch gerne bei Twitter oder bei Instagram. Und dann Mittwoch ab 22.30 Uhr spätestens werden wir live sein. Oder ab 20.30 Uhr, je nachdem wie wir das Ganze machen. Und eure Packs gemeinsam öffnen. Martinez und Wagner rein in den Verein und damit rein in die letzten drei Packs. So Freunde, und da sind die letzten drei Gold-Upgrade-SPC-Packs. Auch jetzt hier wieder leider mit der kleinen, feinen Twitch-Problematik. Ihr wisst Bescheid. Trotzdem hoffen wir natürlich jetzt hier auf Packlack bei den letzten drei Packs. Also, hau rein Nego mit den letzten drei Gold-Upgrades für das Video, um die 30 zu kompletieren. Wir hoffen auf die Tods in 3, 2, 1 und Abfahrt. So, da ist das erste Pack. Player und Kampagner werden es. Das sehen wir jetzt hier auf jeden Fall. Ich kann es leider die Animation nicht anzeigen, wie wegen diesem Bug leider. Also, wenn da wahrscheinlich jetzt in den letzten beiden Packs ein Tods drin ist, dann sehen wir wahrscheinlich noch nicht mal die Animation, weil es einfach traurig ist. Hab schon alle gezogen, schreibt der Nego. So, ja, keine Ahnung. Twitch scheint sich auf jeden Fall nicht anzuzeigen. Player und Kampagner. So, ihr seht, Packs sind nicht wieder am Start. Er meinte, er hat nichts großartig gezogen. So müssen wir leider das Video hier beenden. Also, ich weiß nicht, was hier los ist bei Twitch. Ich hoffe, das Video hat euch, wie gesagt, trotzdem gefallen. 30 Gold-Upgrades haben wir jetzt hier in dem Video gemacht. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, zeigt Support. Und wir sehen uns dann im nächsten Video hier bei YouTube wieder. Oder kommt gerne mal rum bei Twitch. Und insofern reingehauen. Bis zum nächsten Video. Euer Flo von Archie Gaming. Ciao, Leute.